Hey Jules, reich mir mal bitte die Fernbedienung. Ja, okay. Ja, ich versuch lieber den Krieg der Sterne, also Star Wars, die Fernbedienung mit der Macht zu holen. Oh, okay. Also, das dauert mir zu lange. Pause. Oh, komm schon, komm schon. Ach, geschafft. Hier deine Fernbedienung, Luschen, hör, du bist du.